Hallo zusammen, ich habe gerade vom Turm aus diesen Bagger gesehen im Gleisfeld und dachte ich halt einfach mal drauf. Vielleicht kann ich es von unten noch mal genauer anschauen. Der ist auf der Höhe kurz vor dem Querbahnsteig. Das müsste Gleis 9 sein. Ja, vielleicht kann ich von unten noch mal eine Aufnahme machen. Bis gleich. Ja, vielleicht kann ich es nicht. Ja, vielleicht kann ich es nicht. Ja. 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 Ja.